Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tuck the Unnamed Game. Wir kämpfen hier gerade mit einigen Veränderungen nach dem Update. Ich habe gerade gesehen, der Lucario, wir machen hier ein Live-LP und meine Chat-Leute sind dabei und helfen mir hier die Rezepte rauszufinden. Der Lucario hat ganz viele Sachen geschrieben und die sind alle gelöscht worden. Ach, du hast aber mehrfach dasselbe geschrieben, gell? Nach dem Dings werde ich mal dafür sorgen, dass du schreiben kannst, was du willst. So, wir nehmen nochmal, ach nee, erstmal den Zencast-Mold. So, und jetzt war die Idee gewesen, dass wir das vielleicht genauso setzen müssen wie beim normalen Crafting-Tisch und es ist durchaus möglich, dass ihr vollkommen recht habt und ihr habt auch recht. Genau, ich habe es nämlich platziert, das war mein Fehler. Ich habe es platziert und nicht auf den Crafting-Tisch gelegt. So, wir machen hier mal zu. Jetzt suchen wir uns so eine Hard & Wood Handle raus. Haben wir hier noch eine? Da ist eine. Und wir brauchen noch diese Lederbänder, 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 haben wir auch noch. So, jetzt gehen wir hier zu unserem Crafting-Tisch. Das Crafting-System hat sich ein bisschen verändert. Hier ist unsere Spitzhacke. Wir brauchen so eine Handgriff, wir brauchen die Lederdinger und wir machen Crafting. Und wir bekommen eine Bronze-Pick. So, früher war es richtig schön. Du konntest einfach hier draufdrücken und dann hast du es mit der Maus eingesammelt. Jetzt muss ich hier eine extra Taste für drücken. Naja, es geht. Ist nicht ganz so komfortabel wie vorher. Aber hat auch Vor- und Nachteile. So, die hier kann ich nicht leiden. Die möchte ich eigentlich gerne entsorgen. Jetzt nehmen wir mal die Pickaxe und gehen mal in unsere Mine. Hier müssen wir übrigens noch umbauen, weil das geht so nämlich nicht. Der Durchgang sieht auch blöd aus. Da müssen wir nochmal einen schönen Durchgang machen, müssen noch eine Tür reinbauen. Hier, das ziehen wir vielleicht ein Stück vor. Wie breit ist denn das hier? Eins, zwei, drei. Dann kommt hier die Wand. Und wir machen hier vielleicht auch noch eine Tür hin. Ja, also nach dem Stream kann ich dafür sorgen, dass du da nicht mehr von betroffen bist. Das kann ich nur jetzt gerade nicht machen. Wir gehen mal nach hier unten. So, es geht hier immer tiefer runter. Übrigens haben die kleinen Biester uns in der Zwischenzeit hier alle Fackeln geklaut. Aber ich hoffe, ich... Also ihr könnt sowieso mehr sehen wie ich. Bei mir ist es relativ dunkel. Und die Fackel, die ich gestern gesetzt habe, die ist auch schon wieder weg. Ich habe dich aber gesehen. Auch wenn du da unten... Ja, ich habe dich gesehen. Blödes Ding. So. Ich will die Pilze nicht einsammeln. Ah, die Pilze sind doof. Also ich glaube, die Pilze sind nur doof, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wofür die eigentlich da sind. So, wir machen mal hier einfach jetzt so ein bisschen... Versuchen wir uns nach unten zu graben. Ich habe mal gesehen, dass es Höhlensysteme gibt. Allerdings ist aus dem Video nicht hervorgegangen, ob die Leute das gegraben haben. Weil hier bei uns sieht es ja auch ein bisschen Höhlensystemartig aus. Ich weiß nicht, ob die das gegraben haben oder ob man das finden kann, dass das hier einfach in der Welt drin ist. Also so ein paar... Wobei, es ist natürlich auch so, so ein Höhlensystem, das hilft uns ja gar nicht, weil wir ja gar nicht sehen können, wo hier Metalle drin sind. Was war das? Oh, Zinn. Ups. Kohle. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Jetzt haben wir das ganze Inventar voll mit Pilzen. Wer braucht die denn? Und wer braucht hier 80.000 Bären? Wir hätten uns eine Fackel mitnehmen sollen. Wobei, bei euch geht es echt. Also ihr könnt richtig viel sehen, ich nicht so. Ich muss hier eher so die Felsen ertasten. So, da ist nochmal ein Kupfer runtergefallen. Wir brauchen aber Zinn. Also ganz dringend brauchen wir Zinn. Kupfer haben wir tatsächlich noch zu Hause ganz schön viel liegen. Es fehlt uns sehr, sehr dringend an Zinn. Sonst können wir nicht weiter bauen. Oder weiter craften sozusagen. Was war das? Das war Kohle. Kohle. Und das ist Zinn. Äh, Kupfer. Ich versuche mal hier so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Allerdings habe ich das hier noch nie so richtig hingekriegt, dass hier irgendwie die Tunnel auch mal so eine schöne Form bekommen. wie man hier sieht. Ich versuche mich hier in einer Linie durchzugraben. Ist nicht so leicht. Jetzt machen wir mal hier. In der Zwischenzeit können wir ja auch springen. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Übergänge hier sind, die sind nicht so toll, können wir tatsächlich jetzt hier drüber springen. Das hat vorher nicht funktioniert. Das war immer unser Problem. Wir sind überall hängen geblieben. Das Problem ist zum Glück jetzt beseitigt. Das können wir jetzt echt außer Acht lassen, hier so ein bisschen die Kanten ein bisschen smoother zu lassen. Aber Zinn ist echt noch ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall Zinn herstellen. Ich meine Zinn finden, damit wir Letten herstellen können. Jetzt haben wir schon die Hälfte von unserer Spitzhacke verbraucht. Und ich glaube, wir haben ein einziges Zinn gefunden. So, unsere Pickaxe, die tut uns auch schon knarzen. Was haben wir jetzt hier gefunden? Eine Kohle. Also Kohle und Kupfer finden wir wirklich in ausreichender Menge. Was ein bisschen fehlt, ist halt tatsächlich Zinn. Mal gucken, ob wir hier langsam graben, ob wir hier eine schöne Kante hinbekommen. So, jetzt habe ich aber auch hier zum Graben keine Lust mehr. Wir gehen jetzt wieder raus. Was ist das hier? Ein blauer Pilz. Ja, also wir haben uns echt schon ein ganzes Stück hier nach unten gegraben. Und es ist zum Glück Tag draußen. So, aber so richtig vorangekommen sind wir jetzt nicht. Wie viel Zinn haben wir jetzt gefunden? Wir gucken mal nach. Wir haben ein Zinn gefunden. Das ist ziemlich wenig. Also, hier Kupfer haben wir da. Wir haben auch Kohle eigentlich. Das muss in einer anderen Kiste liegen. Haben wir auch in einer großen Menge da. Gehen wir mal zu. So. Was wir aber auch machen müssen, wir müssen noch... Äh, wo ist denn meine... Oh, das ist natürlich jetzt doof. Wir haben auch keine Axt mehr. Also, wir müssen uns was mit dem Zinn uns überlegen, weil wir können nämlich so gar nicht arbeiten. Jetzt fehlt mir nämlich zum Beispiel hier eine Axt. Und ich kann keine herstellen. Doch, ich könnte eine herstellen. Wir können eine machen. So, wir machen mal einfach hier... Nein. Die Axt nehmen wir mit. Und die Axt nehmen wir... Ach nee, ich habe schon zwei dabei. Okay. Dann gehen wir nochmal rüber. Und werden mal... Gehen wir zu. So, wir machen jetzt hier einfach nochmal... Einmal letten. Das müsste jetzt klappen hier. So, dann wollen wir eine Axt haben. Und wir wollen einmal mit letten das Ganze machen. Und wir machen Crafting. Browser, Axt, Kopf. Und das Spiel muss kurz mal drüber nachdenken, was es so zu tun hat. So, da ist es wieder. Hallo Maggi. Grüß dich. So, wir brauchen hier wieder die Leather Strips. Und wir brauchen eine Hardened Wood Handle. Bei der Hardened Wood Handle müssen wir gerade mal nachgucken, wie das gecraftet wird. Ich glaube, da gehen wir mal kurz rüber. Und gucken mal hier in der Wiki nach. In der Hard... Wo sind sie? Hier, Hardened Wood Handle. So, da sieht man es. Hardened Wood Shaft. Okay, wir brauchen einen Hardened Wood Shaft und dann brauchen wir einen Crude Knife. Oder wir brauchen ein Messer dann. Dann müssen wir mal gucken, wie werden nochmal die Hardened Wood Shafts hergestellt. Die werden Wood Shaft und Camp Fire. Okay, das ist ja leicht. Gut, dann können wir auch hier wieder zurückgehen. Zur Übersicht. Gehen wieder ins Spiel. So, hier haben wir die Wood Shaft. Eventuell müssen wir drüben nochmal... Ach, wir müssen nochmal Holz mitnehmen. Habe ich noch Holz dabei? Habe ich noch dabei. So, wir legen mal das da rein und machen nochmal hier ein paar von denen. Oh, die kann man hier nicht craften. Die Hardened Wood Shafts. Die kann man anscheinend wirklich nur im Camp Fire machen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch welche drin liegen haben. Sonst müssen wir tatsächlich das Camp Fire anheizen. So, was habe ich denn hier? Das sind normale Wood Shafts. Holz. Haben wir auch nicht. Hier drüben. Auch nicht. Tür zu. Das Camp Fire ist geklaut worden. Das gibt es ja wohl gar nicht. Hier vielleicht. Da muss ich nochmal nachgucken, im Journal, wie die Camp Fires gingen. Das war glaube ich... Also wir brauchen dafür Holz. Wir brauchen einen Feuerstein. Und ich glaube, einen von diesen großen Steinen. Ich glaube, das war hier so einer. Dann war es... So ein Stein, wie wir jetzt gerade nicht mehr da haben. So ein Stein. Die haben auch noch Kohle. Und die haben auch noch mal Kupfer. So, da müssen wir mal gucken hier. Das war irgendwie den großen Stein legen wir auf dem Boden. Die anderen zwei kommen dazu. Und wir brauchen noch Holz. Sehen Sie, Sie sehen nichts, weil nämlich der große Stein fehlt. Den haben wir wieder nicht platziert. Müssen wir den jetzt platzieren, oder was? So. Das ist ja auch der falsche Stein. So, wir gehen nochmal hier hin. Und zwar wollen wir... Ne, das ist gar nicht die richtige Kiste. Das ist die richtige Kiste. So, wir wollen nämlich diesen Stein hier haben. So, und da warfen wir jetzt drauf einmal das hier, einmal das da und einmal das da. Und jetzt gucken wir mal. Firepit. So, da können wir die Sachen wieder einsammeln. Und da müssen wir jetzt hier diese Hölzer drauflegen und Crafting. Ja, zum Glück dauert das nicht lange mit dem Crafting. Haben wir echt Glück gehabt. Dann müssen wir die gleich noch mit dem Messer bearbeiten. Dann bekommen wir diese Wood-Handles daraus und dann können wir uns neue Werkzeuge bauen. Das ist schon ziemlich komplex hier mit dem Bauen. So, und dann müssen wir auch gleich wieder was futtern. Den Hunger haben wir auch. Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Moment. Da brauchen wir Holz. So, dann können wir alle hier aufnehmen. Und die Tür hinter uns zumachen. So, wo sind die? Da sind die. Und dann brauchen wir das Messer. Du hast ein neues Rezept gelernt. Jetzt könnte man ja hier mal einen Screenshot machen. Wenn ich jetzt wüsste, Wenn ich jetzt wüsste, wie man mit OBS einen Screenshot macht. Was? Nightbot. Du bist im falschen Spiel. Sekunde. Der Nightbot. Der war voll im falschen Spiel. So, Harden-Wood-Handle haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wir nehmen hier die Leather-Strips. Wir nehmen das da. Und wir nehmen unsere Bronze-Pick. Ne, Axt. So, und wir machen nochmal Crafting. Jetzt legt aber der Nightbot ganz schön zu, oder? Das ist, weil ich den jetzt gerade umgestellt habe. So, die legen wir mal hier rein. Das legen wir auch mal hier rein. Und da müssen wir jetzt gerade mal so ein bisschen Platz schaffen. Was habe ich denn hier noch? Ah, das sind Steine. Und ich habe ein bisschen Müll noch dabei. So. So, die will ich nämlich nicht mehr haben. Jetzt haben wir hier Steinchen. So, die kommt da hin, das hier kommt da hin und das kommt da hin. Das legen wir auch mal hier raus. Und das andere ist alles Werkzeug. So, dann legen wir das hier noch in die Holzkiste, die überfüllt ist. Mist. Ja, die Leather Strips dürfen wir da nicht reinlegen, weil die verlieren wir sonst. Sonst haben wir da keinen Überblick mehr, wo die sind. Das hier legen wir mal hier rein. Das legen wir da rein. Und die Leather Strips müssen hier rein, weil das eigentlich die Tierkiste ist, sozusagen. Die komischen Pilze werfen wir jetzt weg. Ja, liebe Leute, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr guckt morgen auch wieder zu. Und ihr könnt mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder.